Es folgt eine Nachricht des Landwirtschaftsministeriums. Männer und Frauen unserer Nation, seid ihr es auch leid, in den Großstädten zu wohnen? Wollt ihr Lärm und Verschmutzung nicht auch gegen ein schöneres Umfeld tauschen? Unsere Nation braucht dich. Ziehe aufs Land und errichte einen Bauernhof. Wache morgens auf, atme frische Luft und höre den Klang von Mutter Natur. Erfahre aus erster Hand, wie es sich anfühlt, deine Felder zu bewirtschaften, deine Tiere zu füttern und freue dich darauf, deine Waren in den Läden unseres Landes zu entdecken. Rüste deinen Bauernhof mit neuen Maschinen, Entwicklungen und Geräten auf, die dir die Arbeit erleichtern und es einfacher denn je machen, ein Bauer zu sein. Errichte deinen eigenen Bauernhof noch heute. Fields of Green entführt dich auf deinen eigenen Bauernhof in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Errichte deinen Bauernhof ganz nach deinen eigenen Wünschen. Tiere, Felder, Geräte und Gebäude helfen dir dabei, deine Arbeit auch zu belohnen. Doch es ist nicht einfach, Gewinn aus einem Bauernhof zu schlagen. Die Felder müssen stets bewässert, die Tiere gefüttert und deine Geräte immer wieder repariert werden. Wer hart arbeitet, wird aber auch die Früchte seiner Arbeit ernten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wer hat seinen Bauernhof gelingen. Wer hat seinen Bauernhof gelingen. Dankeschön. Geräte deinen Bauernhof. Wer hat seinen Bauernhof? Schon so gut, ist es nicht einfach, wie man die Betten zu wollen. Wer hat einen Bauernhof gelingen.